na wenn da bin ich mal wieder heute mit einem stefan feld und zwar not redan aus dem hause alea sprich ravensburger ist eigentlich 2007 rausgekommen ist aber 2017 in einer neuauflage erschienen spiel ist grundsätzlich das gleiche außer dass zwei erweiterungen drin lagen eine zu den bogen von burgund und eine tatsächlich direkt zu notre dame dazu sage ich am ende des videos noch mal was aber jetzt schon bei uns auch an wie man das spiel aufbaut schauen wir mal was drin ist wie man das spiel aufbaut ich habe wieder mit bildern gearbeitet um das ein bisschen zu unterstützen anleitung in verschiedenen sprachen ich lege die mir mal hin weil es heute mal ein bisschen größeres spiel da habe ich alles doch mal was zu vergessen das tolle an dem spiel ist schon mal der aufbau des spielfeldes weil er für zwei drei vier vier oder fünf spieler sehr variabel ist ihr seht das hier gleich eingeblendet ich baue jetzt vier drei spieler auf mehr wäre zu groß ja auf dem platze deshalb mache ich das jetzt hier mal für drei spieler sagt die relativ einfach da diese kanten hier unterschiedliche längen haben und man nur einmal finden welches welche karte daran muss und schon hat man das spiel für drei spiele aufgebaut für zwei spieler geht es übrigens auch dann spielt man auf dem spielplan für zwei spieler mit etwas abgewandelten regeln seht ihr dann auf die sich in der anleitung so ein bisschen geld haben wir in der kiste hat man drei stück am anfang braucht man um nachher die oberen der stadt zu bestechen außerdem hat man am anfang von diesen einflussmarkern schepper klapper hat man am anfang vier außerdem einen petzmarker der kommt hier auf die null das der schwarze stein erst bei allen spielern schwarz und zu guter letzt hat man noch hier so ein gesandten der ist schön flexibel und eine kleine kutsche die kommt mittendrauf jetzt fehlen mir nur noch diese vier botschaften hier die mischt man und verteilt sie auf die eigenen vierecken des spielplans das tut jeder so dass also dann in diesem fall jetzt hier zwölf solcher marker auftauchen würden das ist wichtig merkt euch dass das frage ich nachher ab so außerdem natürlich soll es anders sein bei dem spiel geht es um siegpunkte wunderbar hauen wir auch noch raus hier und ein kleiner startspieler stein der glöckner von notre dame soll das wohl sein ich mache mich zum startspieler um euch das spiel erklären zu können dann haben wir noch einen dicken stapel karten die kommen später aber jeder kriegt hier so einen satz von karten die verschiedenes können das erkläre ich gleich das gibt es in jeder spielfahrer außerdem sind hier noch zwei andere stapel karten drin nämlich einmal mit so einer braunen rückseite ich muss selber gucken in der anleitung steht graue und braune aber ich musste sehr genau gucken um festzustellen was da grau und braun gemeint ist das ist hier die braune rückseite da steht auch kein buchstaben hinten drauf daran kann man das vielleicht besser erklären erkennen davon brauchen wir welche und da wir jetzt in phase a sind brauchen wir auch noch diese drei a karten gleich gibt es dann noch für b und c das spiel läuft über drei mal drei runden also neun runden dauert aber trotzdem so seine was haben sie angesagt hier stunde vielleicht 45 bis 75 minuten hätte ich auch gesagt das passt ganz gut so als erstes wenn man dran ist muss man sich vermischt man die karten vor der ersten von den drei runden nimmt drei auf die hand und darf sich aber von den dreien leider nur eine aussuchen die anderen beiden muss man weitergeben aber man kriegt ja von seinem nachbarn auch wieder zwei karten von denen darf man sich allerdings auch wieder nur eine aussuchen die letzte geht man weiter aber man kriegt ja auch vom letzten spieler noch mal eine karte man hat dann alle drei karten vor dem man aber leider nur zwei aktionen pro runde spielen darf man muss sich also jetzt auch noch entscheiden von diesen drei sachen ich zur verfügung habe was nutze ich davon das einer der witzigen spielmechanismen was kann ich denn überhaupt tun das möchte ich euch jetzt erklären ich kann meinen einflussmarker mit hilfe dieser karte ihr seht hier sind so geld symbole drauf auf das geld legen kriege ich ein geld für später am spielverlauf wenn ich noch einer drauf liege kriege ich zwei geld es kumuliert also es wird immer mehr vielleicht habe ich sogar irgendwann mal dass ich da vier drauf zu liegen habe dann würde ich dann und einmal vier geld kriegen denkt ihr schon ist ja unlogisch jetzt sind ja alle weg nein es gibt nämlich auch eine karte die sieht dann so aus da gibt es neue marken neue doch neue steine lege ich ein drauf kriege ich einen aus dem vorrat leg ich später über den zweiten drauf 2 aus dem vorrat und so weiter und so fort das gleiche gibt es auch noch ganz originell mit siegpunkten da ist er da kriegt dann ein beziehungsweise immer mehr siegpunkte je nachdem wie viele steine ich da drauf habe sollte ich irgendwann mal keine steine mehr haben weil ich alle verteilt habe dann muss ich trotzdem was machen und muss dann von irgendwo ein stein runternehmen soll ich jetzt also auch die siegpunkt stein spielen will wo sich von irgendwo anders ein runternehmen und wo jetzt in diesem fall zwei siegpunkte bekommen was gleich noch machen ein so ein kumulierenden gibt es noch nehmen wir hier die kutsche mit der kutsche kann ich am alt wenn ich einen rein lege ein schritt fahren sagt ich nehme mir dann was da drauf ist hier zum beispiel vier siegpunkte sammelt ihn bei mir sehe ich das lege ich den zweiten drauf darf ich zwei schritte fahren problem ich darf erst wieder einen grünen einsammeln wenn ich alle anderen farben wie sie im spiel sind eingesammelt habe deshalb darf jetzt also nicht nur bei mir hier im reis fahren sondern muss auch bei den anderen stadtvierteln ein wenig räubern was haben wir noch dann haben wir noch diese hier die sind jetzt im moment ein bisschen schwer zu erklären aber ihr werdet gleich sehen was es damit auf sich hat diese beiden karten hier vermindern die rattenplage das ist nämlich die kleine gemeinheit in diesem spiel dieser ratten marker der steigt ständig wieder steigt erkläre ich gleich und mit diesen karten kann man das ein bisschen minimieren zum beispiel überall wo dieses symbol ist darf ich meinen marker 1 zurücksetzen bei dieser karte darf ich außerdem immer wenn gewertet wird wie viele ratten kommen für jeden stein den ich auf diesem feld habe eine abgeben wenn also fünf ratten kommen und ich habe da zwei steine liegen kommen für mich nur drei ratten und ich muss meinen stein drei nach vorne setzen aber das gleiche das kommt am ende der runde auch hier darf ich erst einmal einen zurücksetzen außerdem darf ich ab dem zeitpunkt wo hier zwei oder mehr karten liegen immer zwei siegpunkte einen siegpunkt mehr auf alles drauf packen überall wo ich siegpunkte bekomme im spiel sei es eben hier oder sei es durch irgendwelche anderen aktionen im spiel bekomme ich immer einen mehr muss natürlich darauf achten habe ich irgendwann mal vier habe ich persönlich noch nie erlebt dürfte ich sogar zwei siegpunkte immer oben drauf rechnen was haben wir noch dann haben wir noch den hier hier darf ich mir aussuchen ob ich mir einen neuen gefolgsmann nehme oder ein geld oder lieber meinen rattenstein einen zurücksetze außerdem darf ich wenn ihr ab dem zeitpunkt wo hier drei drin liegen also in diesem feld wo ist es jetzt ab dem zeitpunkt wo da drei oder mehr drin liegen darf ich mir sogar jeweils zwei nehmen aber trotzdem von einer sorte und zu guter letzt zu guter vorletzt haben wir noch den gefährten den gefährten wenn ich diese karte spiele darf ich meinen gefährten irgendwo einsetzen und er funktioniert wie ein wie ein gesandter setze ich ihn also hier rein bekomme ich jetzt vier siegpunkte hier wurde ich zwei geld bekommen den darf ich übrigens nicht versetzen wenn ich aufgrund von steinemangel irgendwo was umsetzen darf dann darf ich nicht den nehmen sondern muss einen anderen stein nehmen und den umsetzen zu guter letzt haben wir noch notre dame hier in der mitte ist das bei jedem spiel auch erklärt ich kann 12 oder drei geld einsetzen an notre dame spenden sozusagen und bekomme dann ein drei oder sogar sechs siegpunkte sofort außerdem wird am ende jeder runde also nach jeweils drei runden wird geguckt wie viel von den gefolgsleuten da drin liegen dann wird nämlich die siegpunktzahl die hier steht nochmal auf alle aufgeteilt also hier wären es jetzt das ist jetzt ein blödes beispiel haben wir noch einen lilan den roten dazu hier sind jetzt vier steine drin acht punkte dürfen verteilt werden das heißt also rot kriegt zwei lila kriegt zwei und gelb kriegt sogar vier siegpunkte noch mal am ende der runde a beziehungsweise der runde b c also nicht nach jeder runde sondern nur noch drei nach drei runden das seht ihr gleich was ich damit meine keine sorge so wenn das passiert ist wir also diese zwei von drei aktionen die wir machen durften gemacht wurden dann dürfen wir noch bestechen ich muss das jetzt mal ein bisschen zur seite schieben normalerweise liegt das auch offen aber hier das ist eben kein tisch für zehn personen es werden vor jeder runde von diesem grauen stapel zwei karten aufgedeckt und von diesem stapel eine karte aufgedeckt das sind immer die drei gleich sind immer 3 a 3 b und 3 c dinge man weiß also schon vorher so wie es ab der zweiten runde oder wenn man sich vorher die karten angeguckt hat was da so kommen wird bestechen heißt ich gebe einen taler ab und darf dann das nutzen was mir derjenige gibt hier zum beispiel wenn ich den bestechen gibt bekommt er bekomme ich zwei zwei gefolgsleute aus dem vorrat und noch einen siegpunkt was die leute alle genau können ihr habt ihr jetzt auch so ein bisschen eingeblendet gesehen lest in der spielanleitung nach wurde jetzt glaube ich ein bisschen zu weit führen das zu erklären wichtig ist allerdings hier unten sind ratten abgebildet wenn alles geschehen ist wird geguckt wie viele ratten kommen vier ratten in diesem fall hier sind 2004 ich muss also mein marker auf vier auf vier felder vorsetzen eins zwei drei vier es sei denn ich habe dieses feld genutzt wo es immer es jetzt verschwunden ist da natürlich habe ich jetzt gerade keinen stein mit aufzulegen schade deshalb kann ich keinen abziehen und der bleibt da wenn der irgendwann mal auf die neun kommt huiuiuiuiuiui ist die säen ganz schön am dampfen weil sobald er über die neun müsste bricht die pest ein bisschen aus was für dich heißt dass du den stein auf neun zurücksetzt und der bleibt da also der geht dann nicht auf null zurück sondern der bleibt auf der neun und du musst aus dem aus dem gebiet wo du die meisten zu stehen hast ein rausnehmen und zwar nicht in deinen vorrat sondern in den allgemeinen vorrat zurücklegen das ist ziemlich doof so geht das immer weiter hier das sind sechs verschiedene die also quasi jeder drei mal kommen hier sind tatsächlich neun verschiedene die die hintereinander weg kommt die man dann irgendwann kennt nach drei mal drei runden endet das spiel es gibt dann noch es wird dann gezählt wie siegpunkte hat man und derjenige hat gewonnen ich räume jetzt noch mal kurz auf um euch noch was für die erweiterung zu sagen ach wenn noch aufräumen immer so einfach wäre gut noch kurz zu der erweiterung die in dem spiel sind und vielleicht auch noch ein kurzes fahrtit von mir wie gesagt im grundspiel hat man sechs karten von denen zwei pro runde bestochen werden können und für jede phase a b und c jeweils drei das heißt also es sind immer die gleichen neun leute im spiel der erweiterung die erweiterung in dem spiel aus dem jahr 2017 jetzt drin liegt ist so ein stapel karten und ist nichts weiter als noch mal sechs leute pro phase und da sind auch wieder wie die anderen stehen sind auch alle gut in der erklärung erklärt und spätestens beim zweiten mal erkennt man sie auch irgendwie irgendwie an diesen symbolen ich mag ja so spiele mit symbolen und weil es auch spiel zu finden ist die erweiterung benutzt man folgendermaßen man mischt einfach alle a karten alle b karten und er ahnt es bereits alle c karten und schmeißt sie natürlich nicht wie ich auf den boden wir spielen hier kein ali galli sondern deck von jeder sorte erst mal für alle sichtbar vor beginn des eigentlichen spiels die drei karten die obersten drei karten auf es wird kurz besprochen was diese drei karten können und man spielt dann eben nicht mit den neun vorgegebenen karten sondern macht ein stapel c unten darüber b und dann und deck davon die oberste karte auf und so geht es dann los die leute können dann besprochen werden ich finde persönlich diese erweiterung fügt sich so schön in das eigentliche spiel ein dass ich die karten einfach direkt zusammengemischt lasse und damit spiele so notre dame gefällt uns sehr gut gefiel uns auch 2007 schon sehr gut wir hatten es noch nicht haben es jetzt gekauft von dieser erweiterung wussten wir gar nicht haben uns sehr gefreut dass sie dabei ist klar das mit den ratten dass die immer kommt das ist ziemlich nervig gerade wenn man einmal bis nach oben auf der auf dem rattenstein war bei stufe 9 weil dann tatsächlich ja das problem ist dass man immer damit beschäftigt diese blöden ratten wieder runter zu kriegen aber es gibt genug möglichkeiten gerade über das bestechen da den schaden ein bisschen zu minimieren solange man dann geld hat das ist natürlich dann eventuell ein problem aber ansonsten notre dame sehr sehr schönes spiel hat heute mal ein bisschen länger dauert ist auch ja ein bisschen etwas längeres spiel schaut es euch an uns macht großen spaß vielen dank der fran 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 der fran